Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt gerade auf der Flucht, nämlich vor dem Wind. Wir stehen hier noch an den Sanddünen oder zwischen den Sanddünen. Es ist heute richtig richtig windig, Windböden bis 40 km h. Deswegen habe ich meinen Turban wieder am Start. Damit kann ich mich richtig gut schützen. Aber ich will heute Sport machen und irgendwie wäre dann ein windstiller Ort ganz schön. Deswegen fahren wir jetzt ein Stückchen weiter Richtung Sagora und ich hoffe dort gibt es irgendwo einen Platz, wo wir so ein bisschen windgeschützt stehen können. Zumindest nicht so sandgestrahlt werden. Weil es heute ja so windig draußen ist, haben wir uns jetzt einen etwas windgeschützteren Platz gesucht und Alice hat gerade ein Brot gebacken und da haben wir einen Tipp für euch. Nämlich, also warte. Eigentlich backen wir Brot immer selber. Aber Matze hat uns mal gesagt, wir sollten uns das mal holen, wenn wir nach Marokko fahren. Genau. Weil er irgendwie nicht wusste wegen Mehl bzw. hier gibt es nur viel Weißmehl. Und jetzt haben wir uns so eine Fertigbackmischung aus Spanien mitgenommen vom Lidl. Vollkorn. Und das hat Alice gerade das erste Mal gemacht. Und zeige mal her. Die Hälfte ist schon weg. Es schmeckt richtig lecker. Man hätte es vielleicht sogar noch gehen lassen sollen. Ich weiß es nicht, ich habe es einfach angemischt und da reingepackt. Ich glaube da ist Hefe drin schon. Das hätte man vielleicht ein bisschen gehen lassen müssen. Aber schmeckt wirklich super. Also... Butter und Streinsalz vor allem. Wer mal Bock hat auf ein geiles Brot, keine Lust hat, das Mehl selber zu mixen oder den Teig selber herzustellen, gönnt euch hier dieses Zeug. Ah, hallo! Let's go! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Sind das hier richtig? Weiß ich nicht! Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Ich schreibe schon eine ganze Weile mit Insta... Hey, es ist Musiker, so wie! Sieht mir jetzt schon was bilden, der... Ja... Leute, was hier gerade passiert, können wir selbst nicht glauben. Und zwar sind das gerade die Leute von der Werkstatt in Zagora, und wir werden schon vor der Stadt hier abgefangen quasi. Die meinen nämlich, dass wir einfach durchfahren sollen durch Zagora, gar nicht anhalten, weil man hier sonst irgendwie angequatscht wird. Das ist ein bisschen komisch. Ich schreibe auf jeden Fall schon eine Weile mit den Leuten aus dieser Garage. Einfach so, weil die halt gerne irgendwie mit mir schreiben oder was, weiß nicht. Wahrscheinlich schreiben sie mit zigtausend Typen bei Instagram. Und jetzt haben die uns quasi schon vor Zagora abgefangen. Naja, jetzt sind wir hier richtig in einem Trupp. Hinter uns sind welche. Vor uns der Mopedfahrer. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt welchen Tee kriegen. Und vor allem hat Alice Hunger auf. Ich hab Hunger auf. Hier gibt's was zu essen. So, das war eine Action hier in Zagora. Also nachdem uns der Zika, so heißt er zumindest bei Instagram, wir schreiben da schon eine Weile, erfolgreich abgefangen hat, sind wir zusammen zu der Garage in Zagora gefahren. Und ja, haben da einen netten Tee getrunken. Und ich hab ein Souvenir bekommen. Das hat er einfach mal für mich machen lassen. Richtig nice. Einen Teller mit meinem Logo drauf. Und jetzt geht's aber erstmal für uns was essen. Wir haben richtig Hunger. Und danach checken wir irgendeinen Campingplatz hier ab in Zagora und schauen mal weiter. So, nachdem wir gerade richtig gut in Zagora essen waren, sind wir jetzt zwei Campingplätze angefahren, um uns die anzuschauen. Und auf einmal haben wir jetzt Bekannte getroffen, die wir in Tafraud schon getroffen hatten, Golo und Alina. Und da haben wir uns jetzt natürlich kurzerhand entschlossen, da fahren wir jetzt hin. Alice ist jetzt schon auf dem Campingplatz. Ich hole jetzt schnell das Auto, fahre auf den Campingplatz drauf und dann werden wir hier auf jeden Fall die Nacht pennen. Und morgen wahrscheinlich weiterfahren. Wir haben noch gar nicht beratschlagt, was wir machen. Wir stehen ja jetzt hier mit Golo und Alina auf dem Campingplatz bei Zagora. Und ich fahre die ganze Zeit den 100 Watt Solarpanel mit mir herum und irgendwie ist euch ja vor kurzem ein Solarpanel zersprungen, richtig? Ja, eine Glasscheibe ist komplett. Tausend Stücke zersprungen. Ja, wie ist das passiert? Einfach so? Ja, ich habe es neu festgezogen, weil ich es gelöst hatte. Wahrscheinlich zu viel Spannung drauf gemacht. Ah, ok. Ohne Fahren ist es einfach. Auf einmal macht es Peng. Ja, naja. Und jetzt versuchen wir mal dieses Teil hier oben drauf zu montieren. Die Stecker, die passen ja eigentlich immer eins zu eins und dann werden wir mal messen. Ich habe Strommestange dabei, ob das Ding auch das bringt, was es bringen soll. Jawoll. Die Solargeschichte bei unseren Nachbarn hier, die hat dann doch nicht so geklappt. Beziehungsweise, was heißt, geklappt. Da hat ein Stecker nicht gepasst und wir haben uns dann doch entschieden, die 100 Watt, die machen es jetzt nicht. Wir haben gemessen, das bringt 4 Ampere an Strom und das ist jetzt natürlich nicht so die Ausbeute. Die haben einen neuen Dachträger sich machen lassen in Tafraud. Da passt deutlich mehr drauf als dieses kleine 100 Watt Panel. Also sollen die sich, wenn sie in Spanien sind, so ein 400 Watt Panel oder so günstig kaufen. Die gibt es dann nämlich günstig in Baumärkten. Und ja, wir fahren jetzt zusammen mit denen und noch einem anderen Pärchen auf dem Platz hier weiter Richtung Mersuga. Und ja, machen einen Zwischenstopp auf jeden Fall noch. Es sind ungefähr vier Stunden Fahrt bis nach Mersuga. Irgendwo unterwegs suchen wir uns Plätzchen, wo wir dann zusammen chillen können. Und morgen geht es dann weiter in die Wüste. Ergschebi nach Mersuga. So, wir sind jetzt auf einem Campingplatz. Angekommen, denn den Platz, den wir eigentlich angefahren haben, war einfach auf einer Freifläche. Und da war es so windig oder heute ist es so stürmisch. Heute sind hier Böen bis 80 km h. Da fliegt einem alles um die Ohren, dass wir uns kurzfristig entschieden haben, wir fahren auf einen Campingplatz. Weil die sind meistens so mauert. Beste Entscheidung ever. Ja, jetzt sind wir auf so einem kleinen süßen Campingplatz, der gar kein richtiger Campingplatz ist. Aber man kann hier halt stehen. Und wir kriegen jetzt Taginen bekocht. Alles aus dem Garten hier nebenan. Wir haben familiär richtig lieb. Nüsse, Tee, Kekse. Direkt zum Tee eingeladen. Und das Beste, wir sitzen hier in so einem kleinen Häuschen mit den anderen. Und da sind wir komplett windgeschützt. Und das ist natürlich bei dem Wind deutlich angenehmer, als irgendwo draußen im Freien zu stehen. Naja, da werden wir gleich mal wieder reingehen. Und ja, ich kann ja mal kurz den Platz hier zeigen, wie es hier aussieht. Übrigens auch noch ein nettes Fahrzeug nebenan hier, was hier steht. Schaut selber. Und das ist aufgefallen. Und das ist aufgefallen. Danke. Nee, danke. So, wir sind ja hier gerade noch auf dem Campingplatz von Barek und Abdul und jetzt wird uns noch ihr Garten gezeigt. Aus dem Garten gibt es immer leckere Taginen, also frisches Gemüse und das gucken wir uns jetzt mal an, bevor es für uns dann weitergeht nach Mersuga. Durch die Palmblätter durch sieht man Blüten. Die müssen jetzt aber noch von der männlichen Männlichen Palme befruchtet werden und dann werden daraus Datteln. Das heißt, alle Palmen, die hier stehen, von allen ist nur eine männlich und die muss alle anderen weiblichen bestäuben. So, jetzt gibt es hier noch frische Möhren aus dem eigenen Garten. Richtig gut. Wasser aus den Bergen hier im Hintergrund. Tatsächlich. Jetzt werden hier unsere Möhren geputzt. Eine Mini-Möhre. Thank you. Wo es grün ist, da ist die Henna-Pflanze für die Farbe. Es gibt irgendwie diese Henna-Farben. Ich kenne das gar nicht. Also da kann man irgendwie Farbe daraus produzieren. Wer dazu mehr weiß, kann es mal gerne in die Kommentare schreiben. Minze gibt es natürlich auch. Die wächst hier irgendwo zwischen. Schon probiert? Und hier wachsen die Bohnen direkt neben den Erbsen. Ich habe hier auch gerade schon welche probiert. Erbsen sind richtig lecker. Die kommen hier in Marokko in die Tajines. Hier haben wir die Erbsen und die Bohne. Die Erbsen schmeckt besser so roh. Die Bohne ist ein bisschen trockener und säuerlich. Ich bleib bei den Zuckerbohnen. Super. So, wo ist der Fluss? Deswegen muss man sich ein anderes weg. Tja. Nicht da. Was für mich. Der ist weg. Weggetrotten. Wie lange hatten die hier kein Wasser? Ein ganzes Jahr hat es nicht geregnet, tatsächlich. Ja. Haben uns die auf dem Campingplatz, die Einheimischen dort gesagt. War vorstellbar vor uns, oder? Ein Jahr lang kein Weg. Wisst ihr wie trocken das hier ist? Man hat die ganze Zeit einfach nur megatrockene Lippen. Die Hände, alles leitzt ein. Ja. Ist schon heftig. Ja. Und die hatten mal eine Regenperiode 2015. Da standen wohl ihre ganzen Felder. Alles unter Wasser. Und alles hat geblüht. Alles war am Gedeihen und so weiter. Und das ist aber schon jetzt sieben, acht Jahre her. Wahnsinn. Haben wir uns Fotos sogar noch davon gezeigt. Absolutes Highlight. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu den Bühnen. Das sieht man schon in der Ferne. Wir werden mal wieder geführt. Er hat uns gerade abgefangen. Abgefangen im Ort, Hassel Abid. Weil er wusste schon, wir gehören zu unseren Freunden aus Österreich, die schon hier seit einer Stunde rumstehen. Also das ist immer ganz lustig, wie auch immer sie Ideen kennengelernt haben. So, wir sind jetzt hier in der Erg Chebby Wüste angekommen. Und die Einfahrt war deutlich einfacher als in die Erg Chegaga. Man fährt ja hier einfach nur über eine 10 Meter breite Gravel Road. Und dann ist man schon in der Wüste, mitten in den Dünen. Hier stehen noch einige andere Camper. Aber bis jetzt überzeugt uns das total. Klar, hier sind ein paar mehr Quads unterwegs. Hier ist unser Camp. Da gibt es heute Taginen. Die Taginen steht schon auf dem Feuer. Also wir sind so ein bisschen abgeschottet zwischen den Dünen. Heißt kein Wind. Und ja, morgen werden wir dann hier mal zusammen wahrscheinlich eine Runde durch die Dünen fahren. Denn jetzt haben wir ja hier Fahrzeuge, die wir auch mal eier austesten können. Halt normale Heckantrieb Fahrzeuge. Und mich als Backup zum rausziehen. Oder natürlich die als Backup, wenn ich mich festfahre. Wir sind alle sehr gespannt. Und ich finde es hier echt mega. Sieht sehr sehr schön aus. Was wir bei unserer gemeinsamen Offroad Tour durch die Erg-Chebby-Wüste erlebt haben. Und wie sich die Autos in Sand geschlagen haben, erfahrt ihr im nächsten Video. Seid gespannt. Lasst gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Bis dahin, euer Lukas und eure Alice.